In diesem Video geht es um die besten Blutzuckermessgeräte. Der Qualitätssieger in unserem Blutzuckermessgerät-Test geht an den CodeFree Vorteilspack. Das neue SD-CodeFree Blutzuckermessgerät ist ein intelligentes Monitorsystem zur Kontrolle von Diabeteserkrankungen. Packungsinhalts DataKit SD-CodeFree Messgerät, 10 SD-Teststreifen, 10 SD-Lanzetten, 1x Stechhilfe, 1x Batterien, zusätzlich 50 SD-Teststreifen und 100 Blutlanzetten. Das SD-CodeFree Messgerät ermittelt auf einfache Weise schnell und präzise den Blutzuckerwert im Körper. Ein tropfen frisches Kapillarblut aus der Fingerspitze, der Handfläche, dem Oberarm oder Unterarm genügt für den Test. Das CodeFree System ermittelt innerhalb von nur 5 Sekunden ein Testergebnis. Hierzu benötigt das Gerät lediglich eine kleine Blutmenge, den Sie auf dem CodeFree Teststreifen auftragen. Das SD-CodeFree Messgerät ist ein modernes Diabetes-Management-Hilfsmittel, um Ihre Zuckerkrankheit besser zu verstehen, regelmäßig zu kontrollieren und zu beobachten. Durch den großen Speicherplatz haben Sie Ihren Diabetes stets gut im Blick und können Ihre Behandlung optimal abstimmen. Geringe Kosten durch preisgünstige Verbrauchsmaterialien so sparen Sie auch in Zukunft. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Adia Blutzuckermessgerät. Mit dem Adia Blutzuckermessgerät können Sie Ihren Blutzuckerwert innerhalb von nur 5 Sekunden exakt bestimmen. Ohne vorherige Codierung ist das Messgerät direkt einsatzbereit. Sein handliches Format lässt es zum optimalen Begleiter werden. Die Teststreifenauswurf-Funktion sorgt für eine hygienische Entsorgung des benutzten Streifens. Mit dem Adia sind Sie rundum besser und günstig versorgt. Sparen Sie auch in Zukunft. Blutzuckerteststreifen erhalten Sie auf Amazon sehr günstig. Lieferumfang dieses Sets Blutzuckermessgerät, Etwi, 10 Lanzetten, Stechhilfe, 60 Blutzuckerteststreifen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Blutzuckermessgerät-Test ist ein anderes Code-Free-Blutzuckermessgerät. Das SD-Code-Free-Blutzuckermessgerät ist ein intelligentes Monitorsystem zur Kontrolle von Diabeteserkrankungen. Das Messgerät ermittelt auf einfache Weise schnell und präzise den Blutzuckerwert im Körper. Ein Tropfen frisches Kapillarblut aus der Fingerspitze, der Handfläche, dem Oberarm oder Unterarm genügt für den Test. Das Code-Free-System ermittelt innerhalb von nur 5 Sekunden ein Testergebnis. Hierzu benötigt das Gerät lediglich eine kleine Blutmenge, den Sie auf dem Code-Free-Teststreifen auftragen. Das SD-Code-Free-Messgerät ist ein modernes Diabetes-Management-Hilfsmittel, um Ihre Zuckerkrankheit besser zu verstehen, regelmäßig zu kontrollieren und zu beobachten. Durch den großen Speicherplatz haben Sie Ihren Diabetes stets gut im Blick und können Ihre Behandlung optimal abstimmen. Geringe Kosten durch preisgünstige Verbrauchsmaterialien so sparen Sie auch in Zukunft. Code-Free-Blutzuckerteststreifen und Blutlanzetten erhalten Sie auf Amazon zu günstigen Preisen. Überzeugen Sie sich selbst von hohen Einsparungen gegenüber vergleichbaren Systemen. Und schlagbar kostengünstig. Falls Dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Dus zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.